So, es ist wieder mal eine Zeit, wieder ein Let's Play zu führen, und zwar mit NerdClub 2. So, nachdem wir Riki besiegt haben, einen sehr hinterlistigen und sehr schummelhaften Cheater, haben wir auch sein Gammelauto gewonnen. Und, ja, man merkt natürlich, dass ich sehr, sehr, sehr lange abwesend war. Das liegt daran, weil ich sehr viele Dinge vor mir hatte, zum Beispiel nämlich das Zulabschluss. Wartet einen Moment, ähm, Musik leise, genau, das geht zu einigermaßen, ja, das würde ich gelten. So, äh, ja. Ich konnte nicht die ganze Zeit spielen, weil ich selbst beschäftigt war, und zwar, ich hatte nämlich Schulprüfungen, also Schulabschlussprüfungen, sprich, genauer gesagt, und, ja, da kam auch noch mein neues Bike, dann kamen noch die beweglichen Ferien-Tage, die wir sonst im Bundesland haben, also in Hessen. Ja, ich wohne in Hessen, hätte das gedacht. Und, ja, ich verfahrt, lieber, und, ja, okay, sei entschuldig, Mann, halt entsch die Fresse, ja, gut, ja, gut, ja, gut, so, wir gehen jetzt zu Halle, hui, Mann, und, huu, äh, ja, okay, äh, ist klar, wenn du mich von hinten durch****** willst, dann ja, bitte. Oh, du bist auf für eine Challenge? Ja. Ah ja, falls ich der ein oder andere es bemerkt hat, ich habe nämlich, ähm, also ich werde in diesen Parts, also, ab diesen Parts her, ähm, Schimpfhörte zensieren. Ja. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, zeig dir den wahren U***** in dir, äh, scheiße. Okay, der war ganz mies, aber naja, ja, wird das, nämlich wird das gerade, was ich jetzt gerade gesagt habe, also, das Schimpfwort, wird automatisch zensiert, also mit so einem U***** Turm, wie es halt bei Super RTLs, Reality Shows ist, ist ja so üblich. Ich hätte ja, ich darf einfach, ja, ist klar, oh Mann. Ja, woher fährst du denn, äh, die dämische U*****? Schlau***! You're going, idiot! Hast du gelernt? Sie sieht nicht cool aus. Sie sieht sehr geil aus, ne? Naaah. Ach, okay, das war, das ist zu viel. Ja. Bevor ich wieder denselben Fehler mache, muss ich die Untertitels einschalten. Ja, sonst geht das nicht. Äh, äh. So geht das nicht. Äh, äh. Ja, gut. Äh, Spaß. Ja, und jetzt werdet ihr zum ersten Mal erleben, wie ich hier im LP Backstage hab, hier und so, ne? Nein, 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 äh, äh, ah, da haben wir sie. So, jetzt speisert er den ganzen Cheat und jetzt können wir loslegen. So. So, sie hat uns als einen Macho bezeichnet. Das lassen wir uns nicht von der F*** hinkriegen. Wir müssen sie durch, äh, durchkämpfen. Ja, genau. So, und das da ist jetzt ein Variables drin, also das heißt, wir können unsere Freitfolge, ja, halt's Maul. Ja, genau. Oh, ja, Mann. Oh, ja, Mann. So. Das hätten wir bereits. Durch. Hey, was ist da? Scheiße, oh. Ja, ja, also. Haha. Scheiße. Ich dachte, das wäre was. Ja, ich weiß, ich habe es in einen Checkpoint übersehen, aber das muss so sein. Boah, wie schießt die Autos im Hasse, ey. Ganz ehrlich. In dem scheiß fetten Hinterarsch. Ja, und ich muss mich ein bisschen eingewöhnt an zu LP. Ich habe ja lange nicht mehr LP'd, also von daher. Wundert euch nicht, dass ich mich immer ein Mal oder ab und zu mal kattah. Ja, das ist ein fantastischer News. Yay, ich bin Zweiter. Ja, yeah. Ja, und es laggt total. Furchtbar. Ja, ich bin Erster. Geil. Ey, ich bin Erster. Weah. Ja, das wollen wir alle. Weah. Hallo. What the hell. Ich bin wirklich der Erste, das kann doch wirklich nicht sein. Los! Ich muss der Erste sein, verdammt. Komm schon! Los! Ja, ja, wir wissen alles zu schätzen. Okay, also spare dir deine Kommentare. Don't stress, don't stress. Los! Und... Yeah, eine Frau überrempelt. Mann, bin ich ein Gangster. Karriere fortsetzen! Ja, ja. Geile Sau, geile Sau, geile Sau, geile Sau. Ja, wer hätte das gedacht, dass der Let's Player, der es gerade kommentiert, pervers ist. Ja, mein schlechter Sarkasmis bringt ja alles hin. Und wieder in schlechte Situation. Ja, ja, ja. Ja, genau. Ja, genau. Ich weiß nicht, dass der eine oder andere was gehört hat. Ja, ja. Hat mich jemand in Skype angeschrieben. Los! Gib mir den Windscher zu. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ich gehe gegen die Kurve, ich gehe gegen die Kurve, ich gehe gegen die Kurve, jawoll, gutes Auto, braves Auto, jawoll. Ja, und falls es die meisten bemerkt haben, ich habe in letzter Zeit auch viele Slides, also... Ja, also wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, bitte sagt es mir. Dafür ist ja ein letzter Werder da. Ja, immerhin. Mann ey, was habe ich besuchen? Okay, das nehme ich voll und ganz zurück. Alter, wie schnell die alles sind. Da kann ich noch nicht mehr mithalten. Scheiße, wie müssen sie denn? Ich habe keinen Bock, wieder zwei Folgen für eine Person mitzumachen. Die ganze Folge zu ändern, naja. Wie ja auch Schimmer die ganze Zeit immer verpeilt. Ja, man merkt schon, dass ich immer manchmal den Weg verpeilt habe. Bis ich sowas von orientierungslos bin. Merkt man hier auch ganz besonders. Ja. Go Nitro. Nitro Power. Aktiviert. Ah, jawoll. So, und die beiden? Ja, gut. Wunderbar. Ja. Oh, und rein. Komm, 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 komm. Ja. Oh, der war gut. Super. Du gewinnst Saiku. Ja. Alter, bin ich geil. 30% geiler geworden. Okay, ich starte, also fortfahrer das lieber mal. Bevor ich weiter plappere. Was hat sie hier zu sagen? Ich will immer noch die Imports fahren. Racing ist, was ich bin. Ich versuche nur einen guten Zeitraum. Und du, Idiot. Du willst es nur nur ruinen. Eier, einer muss es hier kaputt machen im Leben. Naja, ich bin ja nicht umsonst bekannt für meine tollen Fails in meinem richtigen Leben. Ja, ich habe wirklich ein richtiges Leben. Wer hätte das gedacht? Ja. Nun ja, und? Wer hätte das gedacht? Wir sind schon mit diesem einen Gegner durch, also mit der Gegnerin, besser gesagt. Und, nun ja. Wie ihr wisst, ich verabschiede mich, wie immer. Und wenn ihr meine Videos schauen wollt, oder sie gefällt, könnt ihr den Daumen hochsetzen. Nur wenn ihr es wollt. Ist kein großes Anliegen. Also, ist euer Entscheidungswert halt. Ja. Ja, okay. Ihr wisst ja. Ciao und tralala. Ja, und ja. Ja, sei ruhig, China. Halt's mau, du dreckige Scheiße.